Servus, Eddy. Schön, dass du da bist. Du, ich habe mir jetzt da mal ein bisschen die YouTube-Videos angeschaut von Freddy Schmidt und auch von Andreas Gino. Und ich muss sagen, also irgendwie ein bisschen frustriert bin ich schon. Der eine hat mehr Views wie ich, der andere hat mehr Likes. Und ich würde sagen, das ist doch die perfekte Gelegenheit, einfach mal eine Challenge auszurufen und zu sagen, jetzt schauen wir mal, wer wirklich der wahre YouTube-Star der Otto Christ AG ist. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich würde sagen, ich rufe gleich mal Andi an und frage ihn, ob er denn für eine Challenge bereit wäre. Ich wollte dir noch ein bisschen was erzählen zu unserem Knie-Lager. Kleinen Moment, da klingelt es gerade. Weißt du, wer dran ist? Alex Fuß. Gehen wir ran. Servus, Andi. Alex, ja, grüß dich. Du, ich habe gerade YouTube-Videos angeschaut und der Eddy ist gerade im Büro. Ich muss sagen, das geht gar nicht. Du hast mehr Likes und der Freddy Schmidt, der hat mehr Views. Ich persönlich würde sagen, es ist jetzt Zeit für eine Challenge. Was hältst du davon? Ja, grundsätzlich habe ich immer Lust auf eine Challenge, aber dann müsste ich mir sagen, um was in der Challenge genau geht. Also, mein Vorschlag wäre, dass der Eddy von unserem Social-Media-Team mal eine Challenge ausarbeitet und dann schauen wir, wie weit wir drei kommen und was da so passiert. Und dann können wir herausfinden, wer der wahre Star der YouTube-Welt der Otto Christ AG ist. Ja, das können wir gerne machen. Dann sehen wir uns später, würde ich sagen. Wunderbar. Ich rufe den Freddy Schmidt dann noch an und dann schauen wir, wann der Eddy soweit ist. Bis dann. Ich freue mich. Ciao, ciao. Der Wahnsinnige. Das ist was der Vorrat, der will eine Challenge machen. Mit drei Leuten. Und mich mit einbeziehen, mit der Christ Taker im Rücken. Der hat von vorneherein verloren. Wir passen das Mousse auf das gesamte Fahrzeug. Moment, Robert, mein Telefon klingelt. Hallo, Alex. Grüß dich. Ja, absolut. Habe ich auf Französisch gewartet. Ist deutlich besser. Okay, ich komme zu dir. Bis dann. Okay, Männer. Cool, dass ihr da seid. Heute ist Challenge-Tag. Eddy hat was vorbereitet. Ich bin mal gespannt, was es ist. Ich weiß, wie es euch geht. Zu einfach wird es hoffentlich nicht werden. Nein, das glaube ich auch, Alex. Ich freue mich dazu. Ich bin gespannt. May the best win. So, servus Jungs. Ja, da ist er schon. Hi, Eddy. Grüß dich. Zwei für euch. Aha, ist das unsere Challenge, oder? Jawohl. Soll ich die mal aufmachen und nachschauen? Ja, machen wir auf. Ja, gut. Dann schauen wir mal rein. Männer, seid ihr bereit? Ja. Was Kleines und Gemeines sind da schon drin sein. Dann gucken wir mal, was er vorbereitet hat. Ah. Schau. Also hier ist schon mal ein Zettel. Zacki, ja. Dann haben wir hier drei Umschläge. Aha, okay. Das könnte natürlich für uns drei sein, Schätzi mal. Dann schauen wir, was da steht. Die YouTube Christmas Special Challenge. In vielen Ländern werden in Weihnachtszeit Weihnachtsbäume geschmückt. Viele von ihnen stehen draußen und sind Schnee, Sturm und Regen ausgesetzt. Mhm. Ihr werdet den Zuschauern zeigen, wie man sie wetterfest macht und wir simulieren dafür mit unserer Waschanlage die widrigen Bedingungen. Okay. Die Challenge zieht einen Umschlag. Im Umschlag befindet sich euer Wetter, Regen, Sturm oder Schnee. Eure Aufgabe besteht darin, den Weihnachtsbaum zu schmücken, während die Waschanlage läuft. Die Anlage simuliert dabei das gezogene Wetter. Ihr habt dafür zwei Minuten Zeit. Der schönste Weihnachtsbaum gewinnt. Viel Glück und frohe Weihnachten. Okay. Das ist ja wohl schon von vornherein klar. Euer Eddy. Euer Eddy. Das ist von vornherein klar, dass ihr beiden verlieren werdet. Ja. Ich bin gespannt. Also ich denke, dass es anders ausgeht. Okay. Nein. Ich bin mir sicher, es geht anders aus. Aber wir werden sicher sein, dass er auf jeden Fall verliert. Frankreich wird verlieren. Soll ich mal vielleicht. Nein. Also spring machen wir den Umstecker wieder. Okay. Dann nehme ich mal den. Ja, ich bin gespannt. Schnee. Nein. Sturm. Sturm. Regen. Ja. Liebe Fans der Autowäsche. Jetzt geht's los. Take one. Mit Alex. Und zwar die Challenge Schnee. Yeah. Los geht's. Los geht's. Lass es schneien. Los. Los geht's. Hey komm, das ist bloß sunrise foam. Ja, mit dem neuen Duft. Los geht Gas. Alex. 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 Du weißt schon, gell? Ja gut. Du willst hier gewinnen. Du könntest viel schneller werden. Alex. Gib Gas. Hey Bananenmann. Echt das eigentlich. Gell? Schnell genug. Hey da fehlt noch was. Du bist noch viel zu trocken. Los komm, tauch mal raus. Jetzt, Alex. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Hey Alex, los geht's. Alex. 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 Du weißt mal, schaut euch das sunrise foam mit dem neuen Duft. Und den findet ihr Fai ganz, ganz aktuell. Nächsten Monat bei uns auf der Aktionsseite. Andi, hier. Du weißt ja. Seid nicht so was. Seid nicht. Eine richtige, geschlossene Challenge. Oh, komm her. So. Also. Der Kollege neben mir ist noch völlig trocken. Das kann man von mir nicht behaupten. Jetzt erleben wir die nächste Challenge. Was ist deine Challenge? Regen. Regen. Was heißt das auf Französisch? La Pouille. La Pouille. Also, Mr. La Pouille. Alles Gute. Check. Es regnet sogar hierher. Ja, genau. Dann bin ich noch ein bisschen mehr. Also, komm. Frederik, das habe ich bei mir aber schneller gesehen. Ja. Ja. Aha. Oh. Oh. Ist das bei dir auch so zu Hause? Nee, Frederik, komm, gib Gas. Zwei auf einmal. Oh, hey, hey, hey. Drei auf einmal. Oh. 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 So viel Tui. Tui, la Pouille. Oh, hey, Frederik. Hey, Frederik, ich bin da länger. Da sitzt du. Da muss noch besser. Nicht atmen vergessen, ja. Das ist wichtig. Immer weiter atmen. Und, wie ist der Regenzug? Es ist heute ein... Eins, komm. Ja, komm. Hopp, 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 hopp. Und, wie ist das hier? Und, wie ist das hier? Und, wie ist das hier? Hey. Stopp. Also, es sieht trotzdem gut aus, ne? Ja. Und, wie ist das noch schöner? Ein bisschen hintergegangen. Wow. 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 Das ist frei. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Also, last but not least, Endigino mit Trocknung, die 4KW Trocknung von der Aquatus Prime. Lasst den Sturm beginnen! Ja. Und, flower! Aber, hey, 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 hey! Ja, hey, hey, hey! Das ist leicht hier. Da, aber das geht nicht. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ein guter Sturm. Jawoll! 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 Noch mal hier! Noch mal hier! Stop! 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 Time is over! Also, so richtig. Also, wir können problemlos bestätigen, dass Frankreich für das zweite Mal in 2018 gewonnen hat. Ich rufe an alle französisch für meinen sapin zu wählen. Bis zum nächsten Mal in 2019! Danke! Ich rufe an alle französisch! Ja! Die Challenge war viel zu einfach. Ich würde sagen, im Schneesturm hat dieser Baum gewonnen. Der schönste Baum mit schönem Schnee. Wartet bitte für meinen Baum! Liebe Fans der Autowäscher und vor allem liebe Fans der Christchemie! Schaut euch den blauen Baum an! Der hebt sich ganz deutlich ab! Definitiv der Winner! Wartet für mich und für den blauen Baum! Ich rufe an alle französisch! Liebe Zuschauer, liebe Kunden! Vielen Dank für euer Vertrauen! Den Spaß, den wir mit euch haben! Wir wünschen euch frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr! Ein gesundes und erfolgreiches 2019! Stay tuned! Besucht unseren YouTube-Channel! Abonniert den fleißig! Wir haben lustige Videos am Start für nächstes Jahr! Alex? Wir wünschen uns auch unseren internationalen Kunden. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr für euch! Vielen Dank für das! Wir sind auch sicher, dass nicht jeder ist auf Weihnachten. Darum, wir wünschen euch einen sehr schönen Tag. Und wir freuen uns auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019! Bitte abonniere unseren Kanal! Vielen Dank! Vielen Dank an alle unsere Kunden, unsere Partnerinnen und Freunden in der Schweiz! Für diese sehr schöne Jahr 2018! Wir wünschen euch an sehr bald in 2019! Und auch, n'oubliez nicht, wir abonnieren unsere YouTube-Chain für alle Videos von Christ Wasch Islam! 1 Oktober 2019